Ach, Metal-Leute. Äh, echt? Fertig. Einleinleinung. Das war die Einleinung. Wir kommen zu GTA-Ausgleich. Das haben wir damit gehört. Crabs, Kundran, Liquid, MaximecFly, Flocke, Earlyboy, Katzen, ja Items, der Neue. Und... Warte, warte, warte. Maru und Alex. Alex, hallo. Juli. Wenn du gegen eine Wand fährst mit dem Ding, bist du einfach instant auf Null. Ich hab einfach mal hier komplett auf Null gebremst, damit ich in Flocke nicht reinfahre. Gibt's hier überhaupt Wasser? Das ist für bessere Drifts auf dem Sand. Das ist Wasser. Das zählt als Wasser. Ja, das zählt als Wasser. Ihr habt verkackt, weil ich nur ein Erster war, Leute. Das geht gar nicht. Wer ist denn das hier links neben mir? Das sind wir in Sachsen. Sachsen kann man nicht übersehen. Seht das wirklich als Wasser? Ich war nicht so sicher. Okay, ne, ist Wasser. Ist Wasser. Ich bin fast stehen geblieben gerade da drin. Mit Reifen. Ja, aber es ging allen so. Also auch mit ohne. Wer schlau ist, bleibt auf Land. Nein. Nein. Also was sind da manche so schnell? Wir sind auf dem Land geblieben. Hast du ihm geholfen? Ist man im Wasser schneller als im Schaum? Was? Ja, jeder hinter der Seite war ein Schaum. No, ich hab nochmal gedrückt. Warte mal, was denn das für ne Kurve jetzt? Ich hab auf Reifen und wieder zurück im Wechsel. Warte mal, Platz. Das ist jetzt. Warte mal, Platz. Warte mal, Platz. Warte mal, Platz. Warte mal, Platz. Mit Reifen stehst du ins Netz. Was ist das denn? Du hast den Checkpoint vergessen. Oh, das war nicht so cool. Ah, was? Ja, das war nicht so cool. Du solltest du rücksetzt anstatt weiter zu fahren. Hab ich doch! Oh lol! Was ist das denn? Oder ist das Juli nicht? Juli! Das reicht Juli nicht. Die Rampel ist ja nicht existent. Die Rampel ist ja einfach nicht existent. Au! Was? Ich bin einfach... Ich hab einfach aufgesetzt. Ich bin zu kurz geflogen. Hey, hör doch auf! Das ist falsch gegangen! Ja, da waren noch andere. Ich glaub mein Mund hat einen Wasserschaden. Aber mein Sprung war nice. Einfach die Reifen weggemacht und auf den Asphalt gesetzt. Ich hab den Checkpoint nicht! Alter, das ist richtig gewesen! Ihr Rammer! Oh, der war auch knapp. Einmal zurückgesetzt mich für 9. Wie fällt zurück? Du würdest mich verarschen? Du hast den Checkpoint in der Kurven. Ich bin zu schlecht im Kurvenfahren! Dann brems lieber! Fuck, Alter! Den Checkpoint hab ich nicht bekommen! Ja, dann... Ist das derselbe? Ja, genau. Ja, ja, ich bin direkt hinter dir. Ich war erster! Oh, der landet auf meinem Kopf! Stopp! Da haben wir gleich wieder richtig gedreht! Hätte ich... Ich glaub, wenn ich nur einmal hätte zurück... Der ist doch mal im Kopf gelandet! Der muss mich wieder richtig drehen! Nein! Und jetzt muss auch noch irgendein Juli vorbei! Warte, wann? Irgendwann... Das ist nicht so einfach! Ich wollte gerade die perfekte Kurve fahren! Das ist nicht so einfach! Oh nein! Hier, Windschatten! Komm! Alles klar! Ihr seid so weit weg schon wieder! Attacke! Wir sind so langsam hier! Das tuckert so schön da in seinem Püppelchen! Hast du meinen Windschatten nicht genommen? War schneller! Ich will sagen! Ja, aber hier gibt's keinen Windschatten mit dem Ding! In dem seichten Wasser meinet! Das ist völlig schnell! Da kommt er leer! Ja! Alter! Man schleift so! Der Unterboden schleift so! Alter, wie langsam das hier vorne ist! Ja! Wie wir einfach zu viert auf einer Höhe sind! Ja, das geht gar nicht wo ran! Was ist das denn? Da links! Da rechts! Da rechts! Da rechts! Einem! Gas! Geh! Du bremst uns ab! Wir müssen wieder nach vorne, Mensch! Er gibt Gas! Er gibt Gas! Ich bin auf Vollgas! No! Oh mein Windschatten! Ich wollte versuchen, ob man hier weiterfahren kann! Ja, die Stopper! Ich sehe nichts! Hier ist zu viel Wasser! Ja, ich habe gedacht, man könnte an den Stoppern vorbeifahren, aber ne! Geht nicht, ne? Ne, ne! Deswegen! Da habe ich mich selbst rausgekickt! Neue Erfahrung, dass ich hinten bin wegen meinen Fehlern! Oh Gott! Neue Spielerfahrung! Kommst du damit her? Oder? Jetzt gib mal ein bisschen Gas! Nee! Danke da, Alu! Eben! Warum legt der denn nicht? Was ist denn los? Der bremst ja hier in der Zeit! Der hat nicht wieder einen Checkpoint vergessen! Nee, das kommt gleich erst! Wir haben noch ein bisschen! Ich nehme nicht die Rampen! Die sind nämlich scheiße! Knapp! Ja, die Rampen bringt gar nichts! Ich seh den vor mir! Ich bin gar nicht weit weg! Ach komm, ich habe das Wasser nicht gut getroffen! Schade! Oh Gott! Komm schon! Gib mir den Windschatten! Warum ich so lahm? Ja! Ja, man bleibt hier! Deswegen! Alter! Achso! Da vorne vorne alle anderen! Wie wir alle die Windschatten haben, aber es gibt keinen! Und danach eine Vierergruppe! Und dann eine Vierergruppe! Der ist schon Eckpoint! Oh! Oh! Oh no! Oh no! Ich bin schneller zurückgesetzt als ich! Ich bin schneller zurückgesetzt als ich! Nein! Weil ich schon angefangen habe zurückzusetzen als... Ich rutsche rein! Ich habe die Reifen weggeklappt! Ich habe angefangen zurückgesetzt als ich da geflogen bin! Ja! Ich auch! Achso! Man muss nicht erst das Item vorbeikippen! Ja! Ja! Da steigt die ganze Zeit im Weg! Oh, Flocke, wenn du eine Windschatten hast! Mehr als Gas geben kann ich mit dem Ding nicht! Ah! Oh! Nee! Das war nach oben gekommen! Uh! Zehn war jetzt! Zweistündlich war es bei dem nur schon nie! Welcher Platz war Pan? Ja, mein Encoder ist... Vorletzter! Super! Ja, mein Encoder ist gecrashed! Das Spiel hat sich minimiert! Ja! 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 Mein Gehirn hatte kein Akku mehr! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Scheiß Hippie! Maxi McDiay! Sachs ist leider wieder raus! Sachs ist leider wieder raus! Echt? Ja! Ja! Aber danke fürs Bescheidsarbeit jetzt kann ich schon! Komplett disconnecten! Und zu schneller bin ich wiederkommen! Ja, das stimmt! Hey! Alles aufgesucht! Ja, immer noch! Aber ich komme doch näher! Siehst du meine Punkte! Ich komme näher! Irgendwann greife ich ihn von unten! Ja! Sagt ihr bitte wieder, wenn ihr rüschen, rüschen! Wenn Payne und Anni geht und so weiter! Jetzt sind wir in der Lobby! Okay! Katze klärt schon an Payne's Bällchen! Radio Mirror Park ist auch nicht schlecht ey! Weiter ist ja relativ! Wir haben ja nach dem siebten Rennen auf Null gesetzt worden! Ich habe aber noch viele gewonnen heute! Ich weiß nicht ob du Erster wärst! Nee nee! Das ist keines Fall! Ich wurde so oft nach hinten geboxt! So siebter, achter und sowas! Ich wurde eigentlich ganz gut dabei! Ich glaube ich habe alle Raketen Dinger gewonnen! Ich mag die Booster nicht ey! Ne Quatsch! Eine wo ich alle geschenke! Aber bis auf das Eben bin ich alle echt gut gefahren eigentlich! Sagst du wie sieht's aus? Ja! Hör dir mal ähm... Wie heißt das? Rebel Radio an! Rebel Radio? Ja! Die Raketen Dinger mag ich nicht! Doch das sind die Besten! Ich finde immer die Ecken nur in den Kurven greifen! Richtig rebellisch die Musik ey! Ja! Da läuft nur Country! Geil! 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 Ich hab schon... Noch bist du nicht drin, sagst du, als Anzeiger. Nee, nee, ich wüs, ich wüs. Also, ist schon bestätigt, aber der will erst kurz in die Lobby und dann will er wieder zu euch. 31 hast du noch. Okay, gut. Aber es braucht schon mal links. Die Extender. Die Extendable. Nee, ist die Extender. Die Map ist cool. Viele Graden. Viele Graden. Bleibt auch Sprünge, ne? Oh Gott, ey. Ich kann mich aber noch nicht entscheiden, welches Auto ich von denen am geilsten finde. Ich glaub, das mit dem Springen vom Auto finde ich schon ziemlich nett. Der Spring ist das Beste. Ja, aber der Arcade-Boost, der war grad super die Quasse Lenko. Ja, das stimmt. Komm, ich glaub einfach heute mal an meinen Fluch und Early hat ihn verdient. Er hat so eine Runde gewonnen, weil drei raus waren. Hallo? Den musst du nicht verfluchen. Doch, der ist verflucht jetzt. Oh, warte. Ich muss Payne auch noch verfluchen. Warte. Hä? Den darf ich nicht vergessen. Hey, ich warte doch gar nicht so gut. Ey, Mario hat seinen Hut abgesetzt. Du bist mein Kopf. Keine Ahnung, ich verschwinde immer mal. Der war eigentlich für den Gehut von dir. Der war eigentlich für den Gehut von dir. Jetzt seh ich auch wie so blöder... Keine Ahnung. Early und Liquid sehen halt eins zu eins gleich aus. Das ist ein ähnliches, ne? Multiboxing. Das ist die selbe Strecke wie Fohlen. Am Anfang, während die anderen ärgern will, am Anfang kein Gas geben und düse. Dann fliegt der hinter dir weg. Bitte, mir ist nur einer. Kurz stehen bleiben und dann düse. Das ist ja richtig böse. Hat fast keiner... HA! Da wollt ihr den Torhärten! Oh, da machst du wie Maro und fahr einfach komplett um 90 Grad nach rechts rüber. Ey, da hat man keinen Boost möglich. Schmeißt du mich halt raus. Ich bin fucking... Haben wir nur einen Kreis? Ich bin fucking letzter. Oh Gott. LSC wieder. So schnell! Geil! Nice! Durch die Stadt! Geil! Ich hätte da keinen Turbo geben sollen. Wow! Und hier machen wieder irgendwelche Saltos. Hier ist ja jemanden hinten reingedüßt. Ah, nein, nein, nein! Wie war ich auf die Strecke? Alter! Was denn? Es ist echt schwer, wen zu überholen mit den Düsen. Ja, weil du immer Angst hast, dass er dich direkt raushaut mit der Düse. Ja, weil wenn du jemanden überholst, dann kann er ja auch wieder die Düse benutzen. Und dann bist du halt wieder am Arsch. Oh ja, hier Fahrfehler hoffen. Fahrfehler kommen eh noch. Die mach nur ich, ey. Wenn wir düsen, fahr ich immer wieder nicht. Oh, das war ne schlechte Idee! Äh, ich fliege zu weit! Ich fliege zu rechts. Oh, doch nicht. Hat funktioniert. Oh, crap! Wenn ich grad so überholen wollte, dann geht die Düse an. Äh, wenn das schon wieder... Musst du aufpassen, ey. Und einige Leute rausgeschlupen heute. Alter, wie geil das aussieht! Wenn zwei Leute nebeneinander fahren. Wenn zwei Leute nebeneinander fahren, bist du da und nicht hin, ey. Alter, was ist das denn? Wie krass ist das denn? Holy shit, das Ding hier. Junge, das ist die Apple-Zieh-Röhre. Ohhhh! Diese Folge wurde ohne Drogen aufgenommen. Okay, wer war denn... Wer ist da schon wieder... Wer ist erster? Items schon wieder. Ne, es waren nicht Items. Juhu! Juhu! Habt ihr alle Pilze genommen? Wird ja noch besser, ey. Wird ja noch ne zweite Stufe. Oh. Geil. Alter, das war riskant, ey. Wenn wir hier am Flughafen. Ich hab dadurch fünf Plätze verloren. Ich hab's nicht gesehen, wo's lang geht. Nein! Was? Nein, du bist nicht an meiner Düse gewesen, oder? Nein, ich bin... Christoph! Ich hab's nicht aus der Röhre rausgekommen. Arsch, ey. Das bekommst du wieder. Juli links ist die Strecke. Dass du einfach versuchst vorne aufzuhören. Nein! Oh, das bekommst du wieder. Das musste jetzt auch mal sein. Boah, jetzt schon wieder in die nächste LSD-Time. Das sieht bestimmt auf YouTube gut aus, weil die normalen Röhren ja schon kacke aussehen. Das sieht richtig geil aus, bestimmt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ach, Daniel, die Augen zu. Gott, ey. Ich würd ja nach unten düsen. Ja, geht doch. Du musst nach unten lenken und dann düsen. Alter, nach dem Rennen muss ich jetzt mal zum Überholen hinzu. Okay, da muss eigentlich... Das war's. Ja, 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 ja. Warte, an wem willst du dich rächen? Nicht. Okay. Wer stellt seinen scheiß Wrack hier mitten in der Röhre, wo man nix sieht? Ich hab da einen Crash-Kill mal. Passiert halt. Gänst du das nicht? Aber wenn ich mit keinem kämpfe, hol ich auch auf. Also farmmäßig hol ich immer auf. Okay. Das war gut. Ja. Liquid hinter dir. Nein, nein. Fünf, zwei. Ah, scheiße. Aber wir sind auch im feindes Stadium, oder? Nein, nein. Weg. Weißt du, ich erzählst du mir. Ich hatte Windschatten. Okay, jetzt gibt's... Nee, ist mir egal. Nein. Fuck it. Ich bin schon wieder da lang gefahren. Ficken. LOL. Okay. Vorsicht. Vorsicht hier. Vorsicht hier. Oh Gott. Ey. 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 Ich hatte noch ne gute Chance in Alexi McFly. Nein. Vlogger. Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott. Oh Mann. Hätte ich den Menschen nicht weggerammt, wäre ich wahrscheinlich das zweite. Okay. Item ist so fertig im nächsten Match. Was ich scheißig finde bei dieser Karre ist, wenn du irgendwie mal eine Wand ruhest. Oh. Lock. Ich hatte ja das Problem einfach. Ich wollte mich nichtIFER. Das war halt so angelegend. Ich habe jetzt alles weg im nächsten Match, ist mir egal. Ja, super. Hast du doch gerade schon gemacht. Es schafft doch noch! Oh, was merken wir denn den Unterschied, Alex? Come early, wir schaffen! An der Ansage. Early schafft es nicht. Nein, Julie schafft es nicht. Oh. Welcher Platz war Payne? Dritter. Nein! Ja, dann musst du halt jetzt mal gewünscht. Ich glaube, wir haben jetzt gleiche Punktzahl. Wieso, du warst noch die ganze Zeit hinter ihm? Ich war die ganze Zeit vor ihm. Ich habe die komplette Strecke bis zu dem Moment, wo du mich wieder gesehen hast. Bei Maxis Aktion war ich auf dem zweiten Platz. Der war zwei Punkte hinter ihm. Ach, es geht doch einfach nur darum, dass wir Spaß haben. Der Einstellung! Du hast es nicht verstanden. Kommst du bei mir vorbei, hast du Spaß? Bitte verlassen. Guck doch mal, du hattest schon davor Punkte-Abstand-Items. Und das Payne war schon ganz Zeit zweit. Ja, aber ich hätte gerade eben, wenn er hinter mir gewesen wäre, nicht so einen großen Punkt angestellt. Nein, ich sehe schon die Kommentare. Early einmal weiter drücken, Mario einmal weiter drücken. Hab schon. Stand da, Manni. Hab schon. Bei mir schon. Stand da! Hab schon. So, er tritt schon wieder bei. Ich bin wieder. All da. All da. Letzte Strecke. Letztes Rennen, Leute. Metal, Leute. Ja, 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 ja. Ich muss mal mein... Und ein Fan. Ich glaube auf meinen Helm, ey. Mein Stahlhelm auch. Ah, ja, ja, ja. Gesundheit. Den gibt es eigentlich noch in der Nazi-Ausführung, aber den will er gerade nicht anmachen. Was ist wirklich so? Das sieht nice aus. Ich will von da oben runter springen. Oh nein. Hat er sowas nicht. Ich will von da oben runter springen. Oh nein. Hat er sowas nicht. Ist die Kiste den Knight Rider? Ja. Hochkonzern, Leute. Hochkonzern. Ja, stimmt. Wo ist Items? Hüpfen. Alter, wie ein Scheiße. Über den Boost drüber hüpfen. Hüpfen. Hüpfen, wenn du wieder schräg bist. Oh, ich brauche. Alter! Komm schon, Auto. Du schaffst es. Nein! 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 Ich komm noch zu dem Boot. 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 Ich muss eher weiter. Ich komm nicht hoch, ey. Ich komm nicht hoch. Kommt's, Mama? Nein, ich komm da hoch. Ich bin da hoch. Ich bin da hoch. Ich bin da hoch. Ich bin da hoch. So, dann pack ich mal. Ich hab's geschafft. Du bist so ein... Mit Flocki ist erster Platz gewesen. Das müssen wir festhalten. Nein! Aber das war alles Absicht. Okay, ich hab's noch geschafft. All da drüber. Ich will drauf springen, ey. Hier wird's eng. Hui. Oh Gott. Oh Gott. Wie waren die Reifen drüber, oder was? Oh Gott. Das sind aber auch geile Texturen, aber ich bleib hier gleich stehen in der Röhre. Mein Auto ist mega langsam. Alter, ist das so viel geile Scheiße hier. Ja, ist total lahm. Jetzt kommen wir die Röhre fast geschoben. Das wird auf Youtube nicht gut aussehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh wow. Was ist wenn man... Oh shit. Du hast mich erst mal auf die Seite geboxt, aber ich hab mich noch gefangen, glaub ich. Ich wusste leider, ich war schief. Neun Maps sind cool. Ich wurde auch auf die Seite geboxt. Ah, Fallschirm ist viel später. Okay, jetzt. Oh, das dauert jetzt Ewigkeit, muss man da unten ist. Ich hatte das Problem, dass ich irgendwie komplett schräg stand. Ich glaub den Fallschirm kannst du an der Stelle viel später öffnen. Ja, aber ich war schief. Und machst dadurch mega viel Platz. Ich war schief geflogen, also den Kunden musste ich anmachen. Ja. Oh oh. Fail away. Also hüpfen auf diese Hüftlinge, das ist immer lustig. Aber nicht so bergauf gehen. Hä, was? Also einer der vorne ist hat sein Checkpoint verpasst. Von wieder. Kann nur Flotte sein. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist sie ja... Also sie ist auf jeden Fall instant in die Wand. Yeah. Ja. Ja, weil ich auch... Ich hab gar keine Lust mehr. Ich bin dritter, drei sind vor mir. Moment mal. Hi. Ich hatte kurz überlegt, ob ich da springen kann. Aber ich hatte Angst, dass ich dann hier nicht springen kann. Boah, es dauert dann die Ewigkeit. Ja doch, das... Vor diesen Hürden ist ja eigentlich immer so dieses gelbe Pett. Da hat keiner gesehen. Ich hab's gesehen, Early. Auf dem Weg. Oh Gott. Oh Gott. Es sah gut aus. Was? Was? Hätte man springen können? Äh, was ist das denn? Ach, neu. Nein. Ich dachte, der ist ein Dropper. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich hab's auch versucht. Wer fliegt denn da falsch rum? Hau rein, Marco. Dreht ihr mich? Ich will die Rallye gestoßen. Dann werde ich mich gedreht. Ja, Maru hat mein... Könntest du das Ende schon... Bitte was? Ist Point to Point oder was? Ne, ne. Oh shit. Alter, kommen wir auch oben an? Ne. Hau rein. Holy shit, ey. Oh shit, ey. Ich bin vorhin weg von... Ich bin vorhin weg von... Ich habe ein Rallye gestoßt, da hab ich dann umgedreht leider. Du, oh Gott. Du hast nicht umgedreht, wir haben alles wieder gesehen. Ey, ich bin gedreht worden. Ja, da vorne sind wir... Oh shit. Oh shit. Ich bin langsam hier, ey. Oh Gott. Die fliegen aber alle nicht gut da vorne. Was ist eigentlich, wenn man aus Versehen B drückt? Was passiert dann? B? Kannst das ja mit der Absicht kommen. Jetzt habe ich sehr spät den Tag. Du ändert die Kamera, oder? Einfach nur Kamera ändern. Kann man einen Fallschirm aus und wieder anmachen? Weiß ich nicht, ich will es eigentlich auch machen. Ich habe ihn dreimal angemacht auf jeden Fall. Ja, ja, kann man, kann man. Normalerweise geht das nicht. Kann man leider. Ich weiß wohl nicht, wie das hier ist. Alex, geht's? Passt, passt. Ich hab's riskiert. Sag dir einfach, kann man, kann man. Hallo, danke. Ich könnte es euch jetzt verraten. Ich hab's gerade getestet. Ich hab's ja gesehen. Ja. Sitter mir. Nein! Fahr weiter. Du bist noch drin, du bist noch drin. Wie soll ich dir denn helfen bei dem Gesicht? Ich komm nicht. Geht's jetzt oder nicht? Die Freunde sind nur Leute, mit denen ich cool bin. Warum liegt es auf dem Dach? Halt schon mal anmachen, Liquid. Geht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du bist. Gut. Das ist der Anfang. Fein, fein. Und rutsch auf dem Dach. Was passiert, wenn man da springt? Über die Brücke, Kunde. Falsche Richtung. Oh je. Ich weiß nicht, ob der Speedrad ist. Nee, ich befürchte nicht. Oh Gott. Oh Gott. Und diesmal werde ich nicht springen. Nichts. Oh, es ist langsam noch hier oben, ey. Diesmal hab ich zu... Hab ich wenigstens keinen, den ich... Doch ich könnte nicht... Alter. Oh Gott. Okay, man kommt nicht über die Brücke. Ich hab's versucht. Hunden rein! Ja, ich wär hinten reingefahren. Wie geil. Okay, wenigstens vernünftig hoch. Da ist fast am Abwürgen hier auf dem Mügel, ey. Oh. Oh, ich fliege voll weit. Oh, irgendein ist vor mir. In der Luft. Ach, Dalu. Ich? Ja, vielleicht. Oh, shit. Was war das? Ich hab Dalu getroffen. Okay, es sind nur Leute, die kühl sind. Oh man, das war so'n gut. Hä? Hunden dran! Hä? Du hast... Du hast... Bist du mich verarscht? Du hast die Jules nach links gedrückt. Hat jemand Mardanne da vorne rausgehauen? Nein. Doch. Alex hat gerade Sachsen rausgehauen. Nee, der Kunde hat mich rausgehauen und ich hab Sachsen rausgehauen. Hä? Du fährst neben mir. Ich kann den nicht rausgehauen haben. Ja, deswegen ja. Greif mal wieder an, einer. Der Alex, ne? Nee. Nein. Nein. Ich hoffe, er schafft den Sprung nicht. Ich hab den... Ich bin über den Checkpoint geflogen. Wer ist da hinter mir? Wer will? Ja, ich glaube, das geht schneller, wenn man zurückkehrt. Oh, shit. Oh, shit. Später, später, später. Das muss man riskieren. Da muss man mal riskieren. Ich glaube, das bringt nichts an, weil du zu tief bist dann. Du kannst ja hochziehen auch. Ah, okay. Auf der Map muss man echt nicht aufklicken. Gott sei Dank. Ich werde gleich die Abkürzung versuchen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Versuch ich auch. Welche Abkürzung? Geht dich gar nichts an. Ja, das ist... Das hat dich gar nichts zu interessieren, irgendwie. Meine letzte Chance... Die holt mich doch eh einen mit aufholen. In welchem Platz bist du da? Ah, ich weiß, welche Abkürzung du meinst. Nein, der hat seinen Checkpoint verpasst, glaube ich. Ich nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Also das hätte ihm gefallen einfach, oder? Ich hätte den noch probiert. Instatten dieses Beindustriks. Oh, oh, Achtung. Autos kreuzen, sehe ich. Wo war die Abkürzung? Ich weiß nicht mehr. Ah, ich hab's ja verpasst. Fuck. War jetzt über den Stopper rüberspringen, oder was? Ja, ja. Und, geht es? Backfly! Hab ich sie da hochgeblockt? Scheiße. Ich wüsste nicht, dass sie da ist. Ah, Link hat's geschafft. Ich war... Selbst, obwohl ich gebremst wurde, war ich trotzdem schneller als normal. Ja, ja. Aber jetzt sind die anderen weit weg. Ja, aber mein Auto bleibt hier gleich... Ja, das bleibt hier fast stehen in der Röhre gerade, ne? Ja. Wir sehen da gar nicht. Ah, nein. Ich war jetzt da hinten. Weg frei. Fallschirm in der Luft. Ich bin super langsam. Dann drehst du dich ja automatisch. Ja, nicht weh. Ich bin in der Luft über den Checkpoint weggeflogen. Oh. Ey, jetzt nur... Wer viel riskiert. Wer viel riskiert, fliegt weit. Kann man jetzt in den Öffner nochmal? Jetzt bin ich in der innen aussichtbare Wand gekleilt. Ja, ich bin hier schief jetzt, dann rennt die, ey. Die Hände sind ja in der Kaffer, das glaub ich. Ich bin immer irgendwie dran schief, obwohl ich nichts mache. Ist doch. Ben, vier zu weit hinten. Oh Gott. Krieg nichts mehr eingeholt. Was? Ich bin zu weit hinten. Ich bin Elfter. Das war so knapp. Ich bin Zwölfter. Sachse, komm wie ein Schatten. Und fahr vorbei. Ja? Hole den Sieg, Sachse. Das reicht nicht. Reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Alter, was war das denn? Was? Ja, gut, oder? Ja, Ausgewicht. Ich wollt's spannender machen und wenigstens Alex einmal gerammt haben. Einmal? Alter Schwede. Oh, das wird nichts mehr erwisend. Leider nur... Oh. Ja, 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 jemand hat das... Oh! Oh, oh, oh. Wir haben alle in der Mascha, Kinder. Alter, das war ein Fotofindische. Ich glaub, da sind welche übereinander zeitgleich ins Ziel geflogen. Ja, wir beide, oder? Warum kriegt der, wenn ich das nicht will? Ja, dann muss man nur den Knopf drücken. Was du willst und was du machst, ist ein Unterschied. Jetzt bin ich auf die Zeit gespannt gleich. Ohne Scheiß, der ist richtig empfindlich, ey. Dabei ist es doch der Controller und nicht die Controller, oder? Ja. Es gibt keine Gendorform für Kontrollen. Bist du sicher? Ja, ich würde schnell bei einem Fotofontroller identifizieren würden. Aber es hört auf R auf, also laut dem Feministischen ist es der Kontrollar heißen. Kontrollar! Hat er irgendwie ein Rennen von richtig gefahren? Da weiß ich schon, wenn es endet. Ja, das war erst aber. Das war ja ruhig, das Rennen. Dritter bin ich scheiße. Jetzt kommt die Zeit. Die 2, 3 und 4 sind gleichzeitig in die 4 gesprungen. Das war einen kleinen Tick dann hinter euch. Das freut mich. Ich glaube, ich bin noch gut. EZ-Renny. Ich glaube, ich bin 5. Aber Alex und Dalu. Ja, bei uns wird es jetzt richtig knapp, glaube ich. Ihr wart einfach übereinander. Also offiziell bin ich 3. Boah, die Zeiten, ey. Alter, ernsthaft? Das gibt es doch nicht. Wer hat die stellste Runde gehabt, ey. Wer hat eingeleitet? Meine Wenigkeit sogar. Grüß, Freunde, dann mal das Däumchen da lassen. Heute jetzt kommt der Gesamtgewinner. Ach ja. Was? Ich bin immer noch 3. Spielt eh keine Worte, nachdem wir da draußen machen. Also fürs erste Mal war ich noch nie wieder da. Däumchen da draußen nicht vergessen. Bei den anderen vorbeischauen. Alles verlinkt. Und ja, dann bis zur nächsten Season. Tschüss. Da rein. Tschüss.